Mystery Dr. Mark Pörlin meldet sich schon wieder mit einem Interview zum Fall Madeleine MC Ken und gibt bitteres Preis Dr. Mark Pörlin weiß jetzt, mit welcher DNA-Technik die Ermittler im Fall Madeleine eine MC Ken arbeiten. Sein Fazit ist verheerend. Fabio Galuz, Portugal, er gilt als weltweit führender Experte für Provenzisten, Dr. Mark Pörlin ent. Heute jetzt gegenüber Newscoms auf, warum seine Hilfe im Fall Madeleine MC Ken ignoriert wird, es ist eine bittere Wahrheit. Demnach verwenden die kritischen Ermittler eine, laut Pörlin, wirklich alte DNA-Technologie, die es schon seit 15 Jahren gibt. Diese Widerung wurde am späten Ostermontag von der Pflanze in einem neuen Artikel als Wundertechnik geschrieben. Die Ermittler der Operation Ken, hätten laut Sankt die Methode, mit dem Namen DNA-17 angewendet. Um unschlüssige DNA-Proven noch einmal zu untersuchen ohne Erfolg. Das lief dann die Technik als es einem der größten hohen Zwischendurchbrüche seit 20 Jahren bezeichnet, will Dr. Mark Pörlin so nicht. Sie stehen lassen. Gegenüber Newscoms auf sagte er in einem aktuellen Gespräch, da ist nichts unheimlich Neues dran. Im Grunde genommen handelt es sich bei DNA-17 um eine ältere Technologie, die als neu dargestellt. Dr. Körlin erklärte, dass die DNA-17-Technologie seit rund 15 Jahren Karrieren in den USA verfügbar ist, wo es die modernsten forensischen Techniken der Welt gibt. Kleiner Entwurf, die nun nach Kabel, die nicht die nötige Schauer, um die 18 Proven, die er analysieren will, zu entspielen. SFILN Chef Vermittlerin Nicola Wall scheint kein Interesse an Perlins Angebot zu haben wie MS-In-Präse. Entstellen laut Dr. Körlin eine große Herausforderung da, da die Kleinungslitter DNA von mehr als einer Person vermischt waren. Laut 9.com.au hat Nicola Wall, Chefin der Operation Cranich, das Angebot von Dr. Körlin, 18 Schlüsselfragen kostenlos zu analysieren, bisher nicht angenommen. Diesmal berichtete wiederum, dass Marc's Eltern, Karte und Gerenci-Kent gehofft hätten, das DNA-17-Technologie. Warum die Ermittler auf die wahnbrechende, neue Technik des Forensiegers verzichten und stattdessen auf F1, laut ihm, veraltete Technik-Sätzen, ist weiterhin vollkommen offen. Fast schon zynisch lief. Wie sich sagt, das am Ostermontag veröffentlichte Posting auf der offiziellen Magdi-Facebook-Seite, M. Körlin hat immer neue Möglichkeiten, solange man Hoffnung hat. Die vielleichts beste Möglichkeit ist, ins Dunkel um das Verschwinden von M. D. M. kennenzulernen, lassen die Beteiligten bisher jedoch nicht erstreichen. D. M. D. M.